Herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Und heute möchten wir uns das Müssen anschauen. Müssen und Sollen. Denn ich kann dir sagen, dass jedes Müssen und jedes Sollen in deinem Leben das Einzige ist, was zwischen deinem Wunsch und der Erfüllung deines Wunsches, also deiner Manifestation steht. Und deswegen ist es so wichtig, sich dieses Thema genau anzuschauen. Vielleicht kannst du dich noch an die Frage stellen, die ich dir in einem Video gestellt habe. Die Frage lautete, was befürchtest du würde passieren, wenn du dich gehen lässt? Und ich habe sehr viele Antworten auf diese Frage erhalten. Und man kann sagen, im Grunde genommen ist die Angst vor dem Gehenlassen so zu definieren, dass es die Angst ist, nicht mehr zu müssen. Warum haben wir solch eine Angst, das Müssen und Sollen in unserem Leben aufzugeben? Der Grund ist, dass wir glauben, wenn wir nicht mehr müssen, was wir müssen, dann würden wir es nicht mehr tun. Dann würden wir nicht mehr die Dinge tun, die wir müssen. Und das macht uns Angst. Wenn ich glaube, dass wenn ich mich gehen lasse, würde ich nicht mehr zur Arbeit gehen, weil ich das ja glaube zu müssen, dann habe ich Angst. Denn ich denke ja dann, dass ich nicht mehr zur Arbeit gehe, was dann Konsequenzen in meinem Leben hätte, die ich eigentlich vermeiden will, dass ich meine Miete nicht mehr zahlen kann, dass ich mein Essen nicht mehr bezahlen kann, dass ich eventuell keinen anderen Job finde. Das Gleiche gilt, wenn du eben glaubst, dass du dich um deine Beziehung mit deinem Partner kümmern musst. Jetzt hast du Angst, wenn du es nicht mehr musst, würdest du dich um die Beziehung nicht mehr kümmern, was wiederum bedeuten könnte, dass die Beziehung auseinander geht und die Trennung bald kommt. Auch das ist ja etwas, was du vermeiden willst. Und du hast Angst, wenn du es nicht musst und nicht sollst, würdest du es nicht tun. Aber nehmen wir das Beispiel der Arbeit, um das Ganze klarer aufzuzeigen. Viele Menschen sagen, dass sie zur Arbeit müssen, aber sie es nicht wollen. Eigentlich wäre die korrekte Aussage, dass sie arbeiten wollen, aber es nicht müssen. Denn schlussendlich hätten sie ja die freie Wahl, nicht zur Arbeit zu gehen. Nur dann müssten sie mit Konsequenzen leben, die sie vermeiden wollen. Erinnere dich mal zurück, als du mit deiner Arbeit begonnen hast, als du das erste Mal dich in das Arbeitsleben integriert hast. In den meisten Fällen ist das aus einem sehr starken Wollen entstanden. Man wollte arbeiten, man wollte für sich sorgen, man wollte unabhängig werden und so weiter. Doch irgendwann im Laufe der Zeit ist dieses Wollen, also ich will arbeiten, zu einem ich muss arbeiten geworden. Und was ist der Grund, dass diese Transformation stattgefunden hat, vom Wollen zu müssen? Der Grund war, dass du dir nicht mehr vertraut hast, dass das Wollen ausreichend ist. Du hast dir nicht mehr geglaubt, dass es genügt, einfach arbeiten gehen zu wollen. Du wolltest oder du brauchtest noch ein zusätzliches Druckmittel, das dich auch wirklich zur Arbeit bewegt. Wie hast du das gemacht? Indem du aus dem Wollen ein Müssen gemacht hast. Wenn wir von müssen sprechen, sprechen wir davon, dass wir eine Angst als Motivation nutzen. Zum Beispiel die Angst, was ist, wenn ich meine Arbeit verliere, wird gerne sehr häufig als Motivation genutzt, damit jemand auch immer wieder arbeiten geht. Die Frage ist, ist diese Motivation überhaupt notwendig? Denn was passiert, wenn wir aus einem Wollen ein Müssen machen? Wenn wir sagen, ich muss zur Arbeit, dann sagen wir uns im Endeffekt im Subtext, dass wir es nicht wollen. Und unser Körper und unser Geist wird uns aufs Wort glauben. Das heißt, unser Körper und unser Geist wird sich während unserer Arbeit so verhalten, als wollen wir es nicht tun. Denn genau das haben wir ja gesagt. Wir haben gesagt, ich muss das, aber in einer Million Jahren würde ich das eigentlich nicht tun wollen. Und unser Körper und unser Geist glaubt uns aufs Wort und wir haben auch das Gefühl, dass es sich nicht so anfühlt, als etwas, was wir wirklich tun wollen. Aber wichtig ist hier, Ursache und Wirkung nicht zu verwechseln. Was dazu geführt hat, dass dir die Arbeit keinen Spaß mehr macht, war nicht die Arbeit an sich, sondern das Müssen, das du jetzt mit der Arbeit verbindest. Es ist das Müssen, das dafür gesorgt hat, dass du im Laufe der Zeit auch immer mehr Gründe findest, warum dir deine Arbeit nicht gefällt. Es ist etwas ganz anderes, als wenn ich sage, ich will etwas anderes, ich will eine andere Arbeit oder ich will mich weiterentwickeln, als eben zu glauben, ich muss arbeiten, andernfalls könnte es sein, dass ich diese Arbeit aufgebe. Das ist ein ganz anderes Spiel. Bedeutet, das Müssen hat dafür gesorgt, dass du Abneigung zu deiner Arbeit entwickelt hast. Und überall, wo du im Leben ein Müssen hast, hast du immer mehr eine Abneigung damit entwickelt. Es ist also im Endeffekt erstmal ganz normal, dass du auf die Frage, was befürchte ich, würde es bedeuten oder passieren, wenn ich mich gehen lasse, damit antwortest, dass du Angst hast, nicht mehr die Dinge zu tun, die du tun musst, weil du das Müssen loslassen würdest, das ist gehen lassen. Aber der Grund ist eben, weil du über das Müssen sehr starke Abneigungen entwickelt hast. Deswegen, was du machen kannst, ist das zu hinterfragen. Warum glaubst du, dass du nicht mehr dann tun würdest, was du aktuell glaubst, tun zu müssen? Warum glaubst du das? Weil im Endeffekt, was du damit aussagst, ist, dass wenn ich mich gehen lasse, würde ich Dinge tun, die gegen meine besten Interessen sind, die gegen mein zukünftiges Glück sind. Ich würde nicht mehr arbeiten gehen, ich würde mich nicht mehr um mich kümmern, ich würde mich nicht mehr um den Haushalt kümmern, ich würde mich nicht mehr um meine Beziehung und meine Gesundheit und meine Kinder kümmern. Das sind die Ängste, die wir haben. Und deswegen lassen wir diesen Zustand nicht los, weil wir eben glauben, wenn wir das Müssen aufgeben, würden wir diese Dinge nicht mehr tun. Aber die Frage ist, warum? Müssen ist eine Strategie, die wir verwenden, um uns zusätzlich zu motivieren. Aber schlussendlich vor dem Müssen war etwas, was wir Wollen nennen. Es ist das Wollen, das mich überhaupt motiviert hat, zu müssen, weil ich dem Wollen halt nicht mehr vertraut habe. Aber es ist das kraftvolle Wollen, was mich erst dazu bringt, mir emotionales Leid und Stress und Druck aufzuerlegen, um meine Ziele zu erreichen. Um zu funktionieren, wie es viele Menschen ausdrücken. Wenn du also ganz ehrlich bist, sind all die Dinge, die du glaubst, tun zu müssen, auch tatsächlich die Dinge, die du tun willst. Die Gründe, warum du etwas musst, sind dieselben Gründe, warum du es tun willst. Wenn du dich fragen würdest, warum muss ich arbeiten, all die Gründe, die du dir nennen würdest, sind exakt dieselben, warum du es tun willst. Wenn du also sagst, ich muss zur Arbeit und du gehst tatsächlich zur Arbeit, dann nur, weil du es auch willst. Wenn du sagst, ich muss arbeiten, aber du bleibst halt zu Hause, dann ist es eben, dass du mehr zu Hause bleiben willst, als zur Arbeit gehen zu wollen. Das Einzige, was den Menschen in Bewegung setzt, und wir sprechen hier von jeglicher geistigen und physischen Bewegung, alleine wenn ich jetzt meinen Finger hebe, ist immer durch ein Wollen motiviert. Es gibt keinen anderen Impuls, der uns Menschen in Bewegung setzt, als das Wollen. Wenn du zur Arbeit gehst, war es das Wollen, das dich dorthin bewegt hat. Wenn du schlafen gehst, ist es das Wollen, das dich dahin bewegt hat. Es ist immer nur das Wollen. Das Müssen fügt dem nichts hinzu, außer dass es sich halt nicht mehr so anfühlt, als wäre es wirklich etwas, was wir tun wollen. Aber das ist eben dann trotzdem nur eine Lüge, weil schlussendlich die Tatsache, dass ich es tue, zeigt, dass ich es auch tun will. Das bedeutet, die Angst vor dem Gehenlassen ist die Angst, nicht mehr zu müssen, aber diese Angst ist unbegründet. Selbst wenn du dich gehen lassen würdest, würdest du die Dinge tun, die du aktuell glaubst, tun zu müssen, nur du würdest sie nicht mehr müssen, du würdest sie wollen. Das kann natürlich wiederum eine andere Angst nach vorne bringen, nämlich die Angst, wenn ich jetzt plötzlich die Sachen will, also mich gut fühle, während ich sie tue. Dann kann es ja sein, dass Veränderungen ausgeschlossen sind, dann bleibe ich immer in den Job. Auch hier würde ich dann wieder hinterfragen, warum glaube ich das? Warum glaube ich, wenn ich nicht mehr zur Arbeit muss, sondern es will? Es ausschließt, dass ich mir bewusst darüber bin, dass ich gerne mehr Veränderung hätte, dass ich vielleicht einen anderen Job machen möchte, dass ich vielleicht gar nicht erstmal arbeiten möchte, was immer dein Wunsch ist. Natürlich sind viele dieser Wünsche auch dadurch entstanden, dass du erst Abneigung mit dem, was du willst, entstehen hast lassen. Der Wunsch von vielen Menschen, sich im Endeffekt irgendwo in einer Holzhütte im Wald von der Gesellschaft abgeschottet zurückzuziehen, ist vor allem dadurch entstanden, dass sie jegliches Wollen zu einem Müssen gemacht haben. Das wiederum hat zur Abneigung geführt, weil Körper und Geist glauben uns. Und das wiederum hat dann den Wunsch immer mehr und mehr entstehen lassen, sich im Endeffekt von allem zurückzuziehen, damit man diesem Müssen wieder entkommen kann. Aber wie gesagt, indem du deine Glaubenssätze immer wieder radikal hinterfragst mit der Warum-Frage, kannst du erkennen, dass sich viele Dinge gar nicht ausschließen und dass es immer so war und immer so ist und immer so sein wird, dass du immer nur tun kannst, was du tun willst. Alles, was du bis jetzt getan hast an dem heutigen Tag, wurde immer durch dein Wollen motiviert. Es gibt keine andere Grundlage. Der Mensch kann nicht mehr als wollen und das Wollen ist seine Motivation im Entsprechen dessen, dass sie ihn in Bewegung setzt. Das ist im Endeffekt das einzige große Geheimnis, was der Mensch erkennen braucht, um jegliches Müssen aufzugeben, was wiederum natürlich einen Zustand der absoluten Erleichterung und des Glücks impliziert. Und wer möchte das nicht? Schlussendlich jeder Mensch versucht genau diesen Zustand zu erreichen, nur leider versucht er das über das Müssen, was diesen Zustand wiederum ausschließt. Also hinterfrage deine Ängste radikal, dann wirst du auch erkennen, dass sie absolute Illusionen sind. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn du ein Däumchen hinterlässt, diesen Kanal abonnierst und einen Kommentar verfasst. Wir sehen uns beim nächsten Video. Mach's gut!